Zur Ehrlichkeit gehört aber auch, dass wir die falsche Erzählung vom teuren Klimaschutz als das entlarven, was sie ist. Eine teure Lüge. Es ist nicht so, dass Klimaschutz teuer ist und der Staat ihn über höhere Steuern auf fossile Energiequellen finanziert. Es sind die fossilen Energieträger, die den Klimawandel befeuern und die Kosten für Umwelt, Gesundheit und Wirtschaft verursachen. Ein gewisses Maß an grüner Inflation ist also richtig und notwendig. Sie spiegelt eine Anpassung relativer Preise wider. Die Preise für klimaschädliches Verhalten müssen steigen, um es zu reduzieren und Anreize für Innovation und klimaneutrale Wirtschaftsprozesse zu schaffen. Und anstatt sich darüber zu beklagen, sollten wir als Bürgerinnen und Bürger Verantwortung übernehmen für unser Verhalten und für die Sicherung der Lebensgrundlage unserer Kinder und Enkelkinder. Und ist ein grüner Preisanstieg beispielsweise durch den CO2-Preis wirklich so schlimm und schädlich? Wenn die genannten Berechnungen korrekt sind, wird die durchschnittliche Jahresinflation in Deutschland durch die Einführung und Erhöhung des CO2-Preises nicht mehr bei 1,4% liegen wie in den vergangenen 20 Jahren, sondern bei 1,9% oder die Inflation betrüge 2,5% und nicht 2%, wie von der EZB für die Eurozone anvisiert. Beides wäre für Deutschland unproblematisch. Als Vergleich, die Inflation lag in Zeiten der D-Mark und der Bundesbank zwischen 1957 und 1998 im Durchschnitt bei 3,1% im Jahr. Niemand schimpft heute über eine zu hohe Inflation in diesen Jahrzehnten, sondern viele schauen, manche mit Nostalgie, als eine wirtschaftlich erfolgreiche Zeit mit einer starken D-Mark und stabilen Preisen auf sie zurück. Die Verteilungswirkungen des Klimaschutzes Die Verteilungswirkungen des Klimaschutzes Die Verteilungswirkungen des Klimaschutzes